Parshva Shavasana ist die seitliche Entspannungslage. Kindra zeigt, wie es geht. Auf dem Bauch liegend, ziehe ein Bein hoch, zum Beispiel das linke Knie, und gib die Arme neben den Kopf oder unter den Kopf. Eine Variation wäre auch, dass du einen Arm entlang des Körpers nach unten gibst. Parshva Shavasana, die Seitentspannungslage, hilft die Hüften zu entspannen, hilft das Kreuzbein zu entspannen, ist oft gut bei Menschen, die Probleme haben in Hüftkreuzbeingelenken oder auch für Menschen, die schwanger sind oder einen voluminösen Bauch haben. Und bei vielen Problemen des unteren Rückens ist Parshva Shavasana eine schöne Möglichkeit für die Tiefenentspannung und dabei gut zu entspannen. Für viele Menschen ist natürlich Parshva Shavasana auch die Schlafposition, in der sie besonders gut schlafen können. Alle Variationen der Entspannungslage findest du in der Yoga-Vidya-App sowie auch www.yoga-vidya.de Stichwort Entspannungslage oder auch Tiefenentspannung.